Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Online-Battles of Star Wars Battlefront. Ja, ich nutze jetzt die Chance, ist die letzte Möglichkeit nochmal Battlefront für mich zu zocken. Das heißt, diese Aufnahme wird vorerst die letzte sein bis zum Release des Spiels. Ich freue mich schon tierisch drauf. Wir sind ja nicht mal mehr, hat auch noch ungefähr einen Monat hin, um genau zu sein bis zum 19. November noch. Ich habe es nämlich links neben mir im Kalender drin. Nein, ich freue mich tierisch drauf, gerade, weil ich jetzt noch mal genießen kann, ein bisschen das Spiel. Heute mache ich das, was mir wirklich Spaß macht. Konzentriere mich mehr darauf und werde jetzt hier nicht irgendwas machen. Ich versuche nochmal mit dem Gleiter irgendwie einen AT-AT zur Fall zu bringen. Das habe ich bis jetzt noch nicht einmal schaffen können, weil ich immer gestorben bin. Wir werden deswegen jetzt zwei Runden ineinander zocken zusammen. Eine Aufnahme ist für euch auch mal so ein kleines Geschenk zum Schluss. Habe ich ja früher auch schon häufig gemacht, bei vielen Aufnahmen. Also theoretisch gesehen, hätte ich ja, hätte ich die gesplittet, die auch nach Spielen teilweise, dann hätte ich ja wesentlich mehr Punkte. So, wir spielen mit der Waffel. Ich spiele mit der. Nö, ich spiele nicht mit der. Ich spiele mit der E11. Gehen back. Die Letztzeug. Und starten das Spiel jetzt hier. Hoffen wir, dass die Lächsten auch gleich weg sind. Jetzt ist es seit dem Patch ein bisschen schlimmer geworden. Das finde ich nicht so schön. Aber manchmal muss man damit einfach leben. So, wir kommen jetzt hier hoch wahrscheinlich, oder? Wo war das? Wir müssen jetzt hier hochkommen, genau. So. Ach, wir sind schon ein bisschen länger drin hier im Spiel, na toll. Kann ich mal gar nicht noch richtig genießen. So. Boah. Das ist schlimm hier. Der ist auch weg. Muss aufpassen, ich war gar keine Schuhe. Äh, keine Grafik gerade. Super. Wow. Von dem A-Wing attackiert. Ja gut, der hat mich natürlich erwischt. So, wir schauen jetzt mal, warum es jetzt schwer so leckt. Ich werde wieder alles schließen, was im Hintergrund läuft irgendwie. Ja, Luke, ich weiß, dass du da bist. Ah, kein Wunder, Sony Vegas läuft noch. Schnell weg damit. Zerstören, bitte. Und auch hier nochmal bitte Prozess beenden. Super. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Back to the game. Und da weiter, wo wir aufgehört haben. Ähm, ja, Resümee. Und wie starb man in den Elf Blaster, der wieder aufs Schlacht fällt. Okay, Luke ist tot. Super. Next up links, Leute. Oh, da drüben ist der Interceptor. Wow, das war knapp. Schnappen wir uns den mal bitte. Und jagen jetzt mal ein bisschen feindlicher hier A-Wings. Und gleich da. Oh, es sind viele A-Wings dort. Okay, da ist wieder einer. Hello. Ah, Weg, da wisch ich noch. Okay, super. Wow. So. Der ist weg. Super. Er hat wieder ihn abgestürzt. Okay. Und weg ist er. Okay, drüben haben wir wieder einen Gleiter. Schnappen wir uns den mal bitte. Okay. Irgendwas jagt mich hier. Gerade deswegen schauen wir mal nach, was es ist. Stimmt stark an, es ist noch ein Gleiter. Ja, es ist auch. Und der ist weg. Super. Schalten wir jetzt mal am besten die ganzen. Und erwischt. Nein, es leckt. So hellisch gerade. Wow. Wow, 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 wow. Was ist hier los, ey? Also auch ich krieg mein Performance-Problem. Ich bin davon nicht verschont. Ah. Ich will doch nur spielen. Was ist denn das? Hat doch vorher mal funktioniert. So. Ein Geschützer zerstört hier. Boah, ist das krass. So. Wow. Okay. Also, es ist echt heftig. So, Vehicle Damage wenigstens nochmal. Watch for Homing Missile. Wow. Schnell weg bitte. Super. Irgendwas hat mich gerade beschossen gehabt. Oh. Mit Lex spielen macht definitiv keinen Spaß. Und. Der ist weg. Super. Aber nicht von mir, leider. Zio. Wiring ist incoming. Sobald das vorbei ist, werden wir sofort versuchen, ein bisschen das Spiel dazu fixen. So, jetzt läuft es ein bisschen flüssiger wieder. Aber es ist eigentlich fast zu spät. Super, der ist weg. Geschafft. Das waren meine Ziele gerade. Okay, der versucht jetzt hier abzuhauen gerade. Und er ist weg. Super. Wir haben ja noch ein paar Punkte gemacht hier. Nein. Scheiße. Das könnte jetzt wirklich noch den Sieg kosten. Und wir haben wirklich noch verloren. Ach, Scheiße. Aber es ist halt so, zum Ende des Spiels. Ohne wirklich alles viel besser. Wir versuchen jetzt mal, das Settings einzustellen hier ein bisschen. Und stellen die Grafik mal ein bisschen runter. So, wir machen mal auf High nur. Dadurch läuft es hoffentlich ein bisschen flüssiger. Hoffe ich jetzt mal. Wir schauen mal ganz kurz rein, warum jetzt hier der so extrem abkackt. Das finde ich gar nicht schön, nämlich. Ich habe keinen Blödsinn Schimmer. Deswegen muss ich hoffen, dass es gleich besser wird. Schade. Ich möchte nochmal die letzte Runde mit euch genießen. Jetzt ist nämlich gerade 16.36. Das heißt, eine Runde schaffe ich jetzt noch. Eine Runde geht noch. Danach glaube ich nicht mehr, weil 17 Uhr Schluss ist. 17 Uhr CEST. Das ist Central East. Das ist genau unsere Zeit. Nicht so schön. Ich glaube Central East müsste es heißen. CEST. Ja, ich glaube schon. So, wir spielen die Rebellen. Jetzt natürlich einige Aufgaben. Ich muss aber sagen, auch mit den Grafikeinstellungen sieht das Spiel noch ganz hübsch aus. Auch wenn es jetzt wieder laggt, natürlich. Der hängt hier, okay. Ich verstehe. So. Okay, sehe ich da irgendwo ein? Nein, fliege mich. Wow. Da hinten. Wow, shit, 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 shit. Oh, da kommt ein ATS-T. Hart. Harte Kost. Harte Kost. Okay, er zieht auf mich. Und der ist weg. Super. Oh, shit, zwei ATS-T's. Da muss ich jetzt eventuell gleich Kompett erpauen. Und der ist auch weg. Super. Ja, bei so Sachen hilft gerade hier das Psycho-Helfel ganz gut. Ah, look. Mach den mal fertig. Super. Und wir springen mal hier runter, bitte. Oh, ein X-Wing. Ich habe auch keinen Bock, jetzt X-Wing zu fliegen, wenn ich ehrlich bin. War ja eigentlich schon. Oder? Wie sieht es denn aus in der Luft? Die Fighter dominieren. Nee, habe ich keinen Bock gerade. Wow. Der ist weg. Super. Okay, dann werden wir jetzt mal wieder hoch hier. Hoch da, bitte. So. We activated an happening station. Prepare for enemy counter attack. Okay, das war jetzt gerade ein schöner Fighterangriff. Das Gute ist ja, die Fighter können nicht sich permanent auf eine einzelne Person konzentrieren. Das kenne ich ja selber aus eigener Erfahrung. Deswegen schießen sie mal auf andere mal wieder. Vielleicht hat man gelegentlich mal seine Ruhe. Die müsste ich eigentlich am sichersten sein für Fightern. Oh, Vader ist da. Ach, die ist scheiße. Und natürlich, ist da wieder ein ATSC. Reicht zwei Stück sogar. Leckt mir die Eier. Erst will ich nach hinten gehen wieder. Oh, das ist der Tod. Hoffentlich. Okay. Okay, der ATSC ist weg. Super. Ah, nur ein Killassist. Nicht schön. Wow. Der ist aber weg. Super. Ah. Drei gekillt, noch nicht einmal gestorben. Vielleicht müsste einer sein. Okay, schade. Nicht mal ein Killassist bekommen. Aber so ist es halt manchmal. So, halt mal lieber den Uplink weiter. Wir haben nur nicht einen ATSC-Wiring bekommen. Das ist schlecht. Und die sind schon bald bei uns, die ATSC. So, wieder rüber hier bitte. Okay, Luke ist wieder da. So, unsere X-Wings kämpfen weiter tapfer. Und wir kriegen jetzt den ersten Y-Wing. Und wir kriegen jetzt den Y-Wing auf den Walker. So. Oh, shit. Woo. Glück gehabt, ey. Jetzt nur überleben erstmal. Oh, da schießt ich auf den. Nicht gerade, sehr schön. Okay, da oben ist nur einer gewesen gerade. Okay, hat er mich gesehen? Ja, hat er nicht. Super, der ist weg. Okay, uns gehört die Station noch nicht. Schade. Aber Luke ist da. Erstmal, die Leute können uns gleich wieder aufräumen. Oh, der ist tot. Na dann. Wenigstens ein Y-Wing haben wir. Mein Freund, das bringt ja noch gar nichts, da unten drauf zu schießen. Das ist schon mal besser. Ja, da kommt einer. Der ist tot. Super. Oh nein, warum macht jemand das? Den Orbiter-On-Jobus ist ja auch aufgesparen für später. Wahrscheinlich ein Imperialer sogar. Aber dann ist er okay. Schöpfe ich einen X-Wing. Habt ihr das gesehen, Leute? Oh, shit. Shit, 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 shit. Oh, ist schon vorbei. Na dann. Das war nur ein kleiner Versuch. Hat nicht lange gehalten. Jetzt geht es nach hinten weiter. Trotzdem will ich hier drüben die Position erstmal noch halten. Wow, fuck. Die Stellung halten können. Können wir den Up and Link gleich da halten. Super. Critical kill assist. Wow, Vader ist da. Der ist tot. Super. Okay, wenn wir die Position besser halten können, dann... Ich frage sich, wo spawnen die Imperialen jetzt? Ja, genau da. Scheiße. Schnell hoch, bitte. Aber wenn nichts Critical kill ist, was du machst. Wow. Komm schon. Super, die haben wir geknackt. Okay. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Super, der ist weg. Ach, fuck. Das ging nicht mehr. Aber immerhin, trotzdem nochmal vier Kills gemacht. Und lange durchgehalten bis jetzt. Die KD ist nicht schlecht. Jetzt bleiben wir natürlich hier erstmal im Gebäude drin, ne? Halten wir hier drin erstmal nicht. So. Okay, ich sehe schon. Bauen wir bitte hier erstmal ein Squatchchild auf. Das schützt den Eingang ein bisschen. So, um uns mal... Oh, fuck. Wirklich? Ach, dein Ernst? Kämpft der da oben? Den schnappen wir uns. Wenn ich nicht gerade hier wäre. Fuck. Der hat mich genau getroffen, ey. Da kann ich nichts machen. Oh, nicht schön, aber gut. Wir wissen jetzt, wo die sind. Gehen wir schnell hier rüber, bitte. Was hast du denn mit jetzt hier runter? Oh, ein Schadsprung, das ist gut. Den brauche ich mich gerade. So. Schon wieder gar kein Y-Wing, ey. Das sieht echt nicht gut aus für uns. Aber mal einen Spaß habe ich trotzdem. Super. Okay. Hier drüben sie zwei Imperialen nur. Man kann hier halt schön decken, wenn jemand kommt. Ist man halt sofort da. Der DLT-90 ist auch schon wieder da. So. Well done, we activated the Uplink. Wow, bringt uns auch nichts. Gut, der ist weg. Okay, super. Oh, jetzt geht es gleich los. Jetzt werden die gleich auch gespawnt. Wir kriegen ja leider keinen Bomber mehr. Oder? Nee. Gehen wir nicht mehr. Nämlich stark an, dass wir keinen mehr kriegen. Oh, das war weder oder was? Nee, war er nicht. Wow, wir haben einen Y-Wing. Cool. So, ah, natürlich. Jetzt kann man das Bein nicht mehr sehen. Wow, fuck, weg hier. Nein, ich hätte noch den A-Wing holen können da. Nein, da war doch der Sturmtruppe drin. Spallen jetzt alle da schon. Okay, durch hier. Hey, komme ich sowieso nicht raus. Kämpfe jetzt bis zum Tod. Prüben wir uns jetzt hier drin erstmal durch. Okay. Ah, gut. Okay, jetzt bin ich raus da. Wann hin. Oh, in der Runde habe ich gar nichts gekillt. Oh, ich habe die falsche Waffe schon wieder drin. Fuck. Okay, okay. Wollen wir darüber springen? Den einen Uplink können wir wenigstens halten. Hoffe ich zumindest. Gibt's noch nicht. Schnell weg hier. So, rauf da. Rauf da, rauf da, rauf da. Er ist weg. Er ist auch weg. Shit. Er schießt auf mich hier. Der hat zwei Interceptor auf. Komm schon, komm schon, komm schon. Fuck. Hör mal wieder, der Interceptor. Ey, der hat mich gesehen. Bleiben wir erstmal bei dem Gewehr. Ich glaube, das lohnt sich hier doch noch, wenn wir in diesem engen Bereich bleiben. Komm schon. Ah, nur ein Kill ist das wieder. Okay, es sind gerade welche gestorben. Von uns. So. Wow. Komm schon, 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 ja, wir haben gleich doch. Aber zu früh. Okay, Enemy Targeting. Okay, aber ich bin definitiv tot. Ja, so bin ich gestorben. Okay, cool. Erstmal Blaster wechseln, bitte. Wir nehmen mal über den hier. Wir haben Wechsel aus Engräumen und langen Bistanzen. Okay, gut. Okay, okay. Oh, da ist ein bisschen weiter wieder. Den kriegen wir nicht mehr. Oh, da ist ein bisschen weitergekehrt. Wow. Super. Komm schon. Yeah. Okay, wir können es versuchen, Leute. Wenn jetzt die Y-Wings kommen. Haben eventuell Glück. Das ist das mal machen können. Dafür müssen die Y-Wings aber jetzt kommen. Wow. Scheiße. Nein. Nicht mal so unbedingt. Naja. Und? Fuck. Yeah. Also ich muss ehrlich sagen, die Spawnpunkte sind so unfair für die Rebellen zum Schluss. Mann, ich wollte das auch machen. Die Spawnpunkte ist so unfair für die Rebellen zum Schluss. Der Walker ist exposed. Komm schon, den kann man uns noch holen hier. Ah, komm schon. Komm schon. Ah, Mist. Oh, fuck. Gut, okay. So kann man auch sterben. Ja, war das knapp, ey. War das knapp. Wir hätten einen Spoiler noch geschafft, ey. Schade. Aber komm, ich hänge jetzt noch eine Runde ran. So lange, bis wir hier rausgeschmissen werden aus dem Spiel. Kann das sein, dass es sogar ein bisschen länger offen hat wurde, ey. Kacke. Gut. Wenn es wirklich zu lang werden sollte, dann, naja. Gut. Wir spielen jetzt nochmal eine Runde auf jeden Fall zum Priane. Habe ich nochmal Bock drauf. Ist schon cool. Ja, wirklich viel gezockt. Und das muss weitergemacht werden. Ich kann da jetzt nicht aufhören. Ach, ärgert mich das, ey. Dass ich den Gleiter fast noch geschafft hätte, da ran zu schneisen. Wäre so cool geworden. Das wäre so verdammt cool geworden, ey. Naja. Naja. Okay. Just deal with it. Und jetzt kommt halt die nächste Runde. Na komm schon. Lade mal endlich zu Ende. Ich würde gerne mal eine Runde spielen hier. Super. Waffe wechseln, bitte. Zum E11. Und Join the Match. So. Im Gaming jetzt auch schon mal. Super. Okay. Aber erst wieder externe Sicht. Wollt ihr bestimmt auch sehen. Also. Ach, cool. Also, warum denn nicht? Wenn nämlich schon gegeben wird. Machen wir das doch mal ruhig. Kann nicht schaden. Happy Ground Support on the way. Okay. Haha. So. Komm schon. Der ist weg. Super. er ist auch weg super ich komme nicht runter doch ich komme runter aber nur beschwerlich super x-wing ist da und so ja schade er hat mich abgefeuert mich gestorben so starten wir hier drüben bitte schade nicht getroffen leider so dann wollen wir jetzt mal in luft aufräumen der schild aktiviert so ist er hin da links ist ja okay drüben kommt einer wo okay Der hat gesessen. Wow. Ich habe schon. Äh, das Schild aktiviert. Okay, super. Der hat natürlich schon mal wieder gesessen hier. Der ist weg, super. Okay, wo ist der letzte hin? Wow. Erwisch nochmal. War nicht schlecht. Super. Geschafft. Ich habe überlebt. Da geht jetzt ein Schild gerade. Okay. Gut für uns. Das kann ich wenigstens, Leute. Ich habe gerade ganz schön viele X-Rings geschrottet. Oh, wo kommt das Feuer her? Ah, von da hinten. Gut. Wow. Lange reicht es nicht mehr. Wir müssen aussteigen. Ich sage es noch. Da trifft er mit dem Cycler-Wife. Ist das geil? Geil. Okay. Aber okay. Trotzdem noch ordentlich was gemacht. Wir wollen jetzt einfach mal den nächsten Fighter. Ist er noch ein X-Wing? Ja, ist er. Den können wir uns jetzt freuen. Ja. Oh, der ist weg. Super. Bang. Wenn es eins gibt, was ich kann, dann ist es Raumschiffe fliegen. Okay, gut. Den haben wir geschafft. Dann kommt wieder ein X-Wing. So, den konnten wir schon mal ausreichen. Der ist weg. Super. Ah, scheiße. Aber gut, wir haben den mitgenommen. Aber nicht schlecht. Das war doch schon mal ganz gut. Also in der Luft haben wir gut aufgeräumt. Das ist halt immer noch so ein, zwei Stärken. Ich glaube, da oben gerade ein X-Wing oder so. Kommt mir so vor. Habt ihr das gesehen? Ich hab den von hier hinten noch erwischt. Der Hammer. Woo. Auch geil. Schon wieder da weiter fliegen. Geil. So, der hat keine Rakete mehr erstmal. Und wir stürzen beide wieder ab. Nicht schlecht. Das ist aber selber schuld. So. Okay. Immerhin, Critical Kill ist das nochmal gemacht. So, schon mal anfangen. Ach, shit. Gekillt. Naja, gut. Ist denn jetzt durch eine Arti-Arti hier? Find ich auch gut. Ähm. Zu spät. Ich hab mal ein Day noch bekommen. So. Scheiße. Wow. Nein, zu spät. Naja, selber schuld. Gut, sie aktiviert schnell den Uplink. Wow. Gut, der ist weg. Und hoch da bitte. Hm, 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 hm. Okay. Da hätte ich sein gesprungen, okay. Habt ihr seh mal, Freund? Hahaha. Luca ist stumm. Wuhu. Ja, Mist. Von wo? Von da unten? Der A280C, okay. So. Ja. Okay, ein bisschen hoch bitte. Der ist weg, da hinten war einer gerade noch. Und der ist weg, super. Super. So, Rebel Uplink ist offline. Ah, die haben mit einem Orbiter Strike den einen attackiert hier hinten. Gut, das geht gleich in die nächste Runde, Leute. Wir starten uns nochmal schnell in den Fighter. Hoffe ich mal zumindest. Sieht aber gut aus. Wir haben jetzt nämlich gegen einige A-Wings zu kämpfen. Wird lustig. So, die sind wendiger als wir. Wow. Okay, ich hab dafür einen Speed-Vorteil. Und. Zack. Was ist damit? Wow. 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 Okay. Komm schon. Okay, gut. Das haben wir geschafft. Und. Jetzt lagts schon wieder so sehr. Ist das nicht schön. Gut. Ha, ich bin der letzte Fighter, der überlebt hat, ey. Auch nicht schlecht. Doch nicht. Da war noch einer. Wow. So. Der ist weg. Schön geschwächt vorher. Boah, die haben es regelrecht auf mich abgesehen hier, ey. Wow. Nur mal gerammt. Ich hab gestürzt. War nicht schlecht. So, wo ist der Gleiter hin? Weg ist er. Und auch den wieder zerstört hier. 4.000 Punkte. Wo sind sie alle? Da hinten wahrscheinlich wieder. Ne, auch nicht. So, dann starten wir uns mal den nächsten Gleiter wieder. Ah, der ist schon weg. Hey, da ist er. Wow. So kann man auch sterben. Spektakulär. So. Wow. Gleich 2. Das ist cool. War nicht schlecht. Okay, jetzt geht's los hier. Jetzt muss ich mein Feuer hier drauf konzentrieren. Wow. Und der ist tot. Super. Kommt noch irgendeinen Gleiter? Ich sehe noch keinen. Aber das war doch mal ein Raumschlag vom Feinsten hier. Okay. 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 Oh, ich freue mich schon so was für ein Fighter Squad, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Da kommt wieder einer. So. Peng. Weg ist er. Wow. Hat da mich einer reiner gekriegt hier. Aber okay. Gut. Wir haben lange genug durchgehalten. Ich glaube, dass wir noch unseren Spaß haben werden hier. Oh, ich hab überlebt. Wow. Ich hab einen Schuss vom Psycho-Refail abbekommen und hab überlebt. So, und? Ah, shit. Oh, fuck, fuck, fuck. So. Na, kriegen wir das noch, das Ding? Es wird echt knapp. Shit, der hat sich die Power abgeholt. Super, die haben sie zerstört. Der ist weg, super. Okay. Das sieht... Ja, gewonnen! Woo! So, Leute, aber ich wollte auch sagen, das reicht mir persönlich jetzt auch. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall eine geile Runde nochmal zum Schluss. Die 4800 Punkte kommen überwiegend vom Fahrzeuge zerstören. Und in dem Sinne verabschiedet mich von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von meiner Online-Betal-Serie. Das ist aber erst im November, also habt Geduld. Und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.